Hallo und herzlich willkommen auf der digitalen Messe. Mein Name ist Sandra Jentsch, ich bin Organisatorin der Messe Q.de. Jetzt sind wir auf dem digitalen Messestand von Caldewey angelangt und ich freue mich sehr, dass Sie hier mit dabei sind. Für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal mit dabei sind, eine kurze kleine technische Einweisung. Wenn Sie mit dem Laptop oder PC teilnehmen, dann haben Sie ein sogenanntes Webinar-Bedienpanel. Das sehen Sie jetzt in der Mitte meiner Präsentation. Bei Ihnen ist das irgendwo am Seitenrand versteckt. Das kann man auch auf und zu klappen. Dafür gibt es den kleinen orangenen Button mit dem weißen Pfeil drauf. Dann kann man das auf und zu machen. Sehen Sie ein bisschen mehr von der Präsentation. Dort gibt es ein Handzeichen. Es wäre ganz super, wenn Sie das mal drücken, damit ich weiß, dass das bis jetzt hierhin nicht umsonst war. Komm, da geht noch was. Okay, super, danke. Dann können Sie die Hände wieder runternehmen. Sie können Fragen stellen. Die werde ich anonym vorlesen. Kein anderer kann die sehen. Nur wir können den Chat gerade sehen. Und Sie können jetzt aktuell noch keine Unterlagen runterladen, aber gleich werden Sie dazu noch weitere Informationen bekommen. Ja, dann ist es schon an der Zeit. Damit wird das Team Galserwey mit in Zukunft. Klappt ja fix wie nix heute. Herzliche Grüße hier aus Aalen in Westfalen in die weite Welt, nach Österreich, in die Schweiz. Und aus dem Ausland haben sich auch einige dazu geschaltet, habe ich gesehen. Amerika ist sogar dabei. Hi, herzlich willkommen. Sehr schön. Danke, Schönen guten Tag. Ja, ich werde schon mal die Moderationsrechte übergeben, gleich für später. Ja. Wenn das soweit funktioniert mit dem grünen Knöpfchen, dann werde ich mich wegschalten, liebe Zuschauer. Ich werde gleich im Hintergrund parat stehen. Wenn es um die Fragen geht, schalte ich mich gleich wieder mit dazu. Super, danke, Sandra. Sandra, bis später. So, wir gehen dann mal. So, herzlich willkommen, liebe Gäste. Und ja, herzlich willkommen zu der Kalteweil Chronicle. Sie können nicht zu uns kommen momentan wegen Corona, also kommen wir zu Ihnen jetzt gerade. Und ich stehe jetzt hier gerade in Ahlen, wie mein Trainerkollege Martin Schäpe-Meyer gerade gesagt hatte, im schönen Westfalen, Ahlen mit AHA. AHA. Nicht AA, genau. Und ja, Martin Schäpe-Meyer, Trainerkollege hier in Iconic World. Und heute werden wir über das Thema Badplanung sprechen. Wie planen Sie Ihr Traumbad mit Kalteweil-Produkten? Martin, gestern ging es ein bisschen technischer zu Sachen. Ja, da hatten wir Einbauprodukte, also Fachprofi-Tag haben wir es gestern gesagt. Da ging es um den Einbau, da ging es tatsächlich nach unten. Nicht das Schöne. Das ist ja der Nachteil für uns als Schrauber. Alles, was wir machen, sieht man nachher nicht. Das stimmt, das stimmt. Und deswegen ist das Thema Badplanung immer wichtiger. Wir lassen uns ja heute durch so viele Kanäle inspirieren, sei das Zeitschrift, Internet, Instagram, Pinterest, wie sie alle heißen. Und überall verstecken sich so kleine Tipps und Tricks, wie man sich das zu Hause so schön machen kann. Und weil Sie momentan wahrscheinlich die Ausstellungen nicht besuchen können, Sie bekommen ja ganz, ganz schweren Termin dort vor Ort, haben wir gedacht, wir zeigen Ihnen, wie Sie ganz einfach von sich aus, vielleicht sogar auf der Couch nach der Tagesschau, sich mal eben das Thema Bad zubinden können. Wir bringen den Kaldeweil zu Ihnen. Und wir sind schon wieder nicht mehr im Mindestabstand. Wir müssen ja mal gucken. Genau. Aber wir springen dann direkt rein. Also für mich gehört das Allererste, bevor ich mit der Badplanung beginne, das Thema Materialität. Martin, warum sollen sich die Zuschauer für Kaldeweil entscheiden? Und warum Stahl-Email? Ja, Stahl-Email ist natürlich einer der robustesten Werkstoffe. Stahl und Email. Email ist Glas. Das wissen viele nicht. Ja, ja. Und Glas ist ein über 4000 Jahre altes Material. Und wir hier am Standort haben damit auch als Kaldeweil-Familie schon über 100 Jahre Erfahrung. Aalen ist eigentlich die Wiege der Emalierung hier in Deutschland, hier in Westfalen gewesen. Es gab 22 Emalierbetriebe hier in Aalen ursprünglich. Weil der nächste große Emalierbetrieb von hier weg ist Miele, Hausgerätehersteller. Industrie-Email, genau. Ganz genau. Nur das Email muss eine völlig andere Konsistenz haben als unseres. Ja. Weil Waschmaschinen zum Beispiel damit geschichtet werden. Und was du schon sagtest, was viele nicht wissen, Email ist Glas. Und wir stellen unser Glas selber her. Richtig, genau. Der einzige Hersteller, der das Email, das er verarbeitet, hier herstellt. Quasi so 30 Meter hinter ihrer Kamera. Wenn Sie sich einmal umdrehen, sehen Sie es hinter sich sozusagen. Und also darf ich dann, dafür muss ich dann Angst haben, wenn ich denke, mein Waschtisch ist aus Glas, aus Email. Wenn mir da was reinfällt, kann ich dann alles kaputt machen? Ist das jetzt so viel zu verstehen? Im Gegenteil. Man kann es ja auch sehen, eine Windschutzscheibe hält wahnsinnig viel aus. Das ist Glas. Ein Hochhausgebäude. Was für Druck kommt da drauf durch den Wind? Glas ist stabil und wahnsinnig flexibel gleichzeitig dabei. Ich habe eine Glasur auf dem Waschtisch. Ich habe eine Glasur auf der Fliese. Nur da habe ich den Unterschied, die Glasur ist auf einem Scherben, also gebrannte Erde bei einem Kerl. Umdrauf aufgemacht. Ja, aufgemacht. Und bei uns ist die Glasur in den Stahl eingebrannt. Richtig. Das geht richtig mit chemischer Verbindung an. Das ist richtig fest, ganz dynamisch. Genau. Und ich habe was mitgebracht, liebes Publikum. Also ich darf jetzt heute mal ein bisschen die schweren Waffen rausholen. Ich habe heute eine emaillierte Duschwäsche, eine ganz Mini-Duschwäsche von Karl Dewein mitgebracht. Es wird auch ganz normal wie eine Duschwäsche bei uns hergestellt. Also das ist genau die... Ich habe die als Pinwand in der Küche. Ja, stimmt, weil es magnetisch ist, weil es Stahl ist. Oder auch Aschbach. Genau, richtig. Mein reizender Assistent darf das mal festhalten und jetzt auch keine Angst kriegen. Ich habe jetzt den Motec auch mitgebracht heute. Martin, also... Nein? Du warst ja ganz schön sprech heute Morgen. Nicht auf die Finger. Genau, ich versuche es. So, ich haue jetzt einmal der ganz feste da drauf und... Wir haben es jetzt schon gehört und ich habe da richtig feste drauf gehauen. Und wir gucken einmal da drauf. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Es passiert gar nichts. Darf ich auch mal? Ja, bitte ganz sachte. Ich mache es selber fest. Achso, du hältst selber fest. Ich mache jetzt mal nicht wie ein Mädchen. Also mache ich nicht wie ein Mädchen, okay. Okay, also jetzt haben wir unsere komplette Corona-Fusse jetzt wirklich auf diese bespreche endgültig ausgelassen. Und Sie sehen nichts. Ja, hier ist eine ganz kleine Stelle drin, weil ich bin in den Sparmburger vor Augen ab. Aber das Glas klappt. Das Glas klappt nicht ab. Und ich möchte, dass Sie sich das einmal so kurz vorstellen, wenn Sie dann in Ihre Dusche dann plötzlich die Flaschen fahren lassen oder vielleicht Sie machen sich morgens ganz fertig im Bad und Sie lassen da mal so ein Tiegel Creme runterfahren und ein Parfümflasche bei Keramik oder sogar bei Acrylplastik, ja, ist es glaube ich, heißt es, ist an der Zeit, mal ein neues Bad dann zu kaufen, was natürlich schade ist. Ich möchte auch über eine andere Sache sprechen. Das Thema Hygiene momentan ist sehr weit verbreitet. Wir waschen uns alle die Hände, wir desinfizieren ständig, wir reinigen ständig. Wie sieht es da mit Glas aus, mit der Hygiene? Man sieht es ja schon hier auf der Fläche, fugelos, porenfrei im Gegensatz zu Plastik, wo ich immer Poren drin habe, die halt eben auch Chemikalien aufnehmen, bei Fugen, die schöne Brutplätze sind und die immer porös sind. Ich habe letztes Jahr im Mai eine Fliesenleger-Meisterin kennengelernt, die sagt immer, wir lagen immer uns im Betrieb, warte mal, ich unterscheide immer zwischen zwei Arten von Fugen, die die unsicht sind und die, die unsicht wert sind. Und hier haben wir gar keine Fugen, absolut dicht und hier haben wir auch keine Poren, weil es ist eine absolut dichte Glasfläche. Wir trinken aus Glas. Und was machen wir danach? Abspülen. Abspülen, mit Wasser und Spüli und die sind rein, die sind wieder hygienisch rein. Und ich muss jetzt so ein bisschen an diese Chemikalien denken, wir denken nochmal so zurück an der Schule. Martin, bei dir ist das vorgestern an der Schule gewesen. Also Chemieunterricht, Reagenzgläsern aus Glas, weil die einfach Poren preisen. Und ich habe jetzt heute etwas mitgebracht, meine Lieblingsfarbe mitgebracht und ich pinsele das ein bisschen ein. Das ist jetzt eine Chemikalie und es gibt jetzt sehr viele Leute, die vielleicht am Rande des Waschtisches ihre Fingernegel einpinseln oder vielleicht sogar die Haare dann färben und dann nochmal auswaschen. Und wenn die Oberfläche Poren hat, kann diese ganze Chemikalie sich dann eindringen. Aber wenn ich jetzt hier auf die Glasfläche das drauf packe, ich pinsele mal ein bisschen mehr drauf. Ne Martin? Weißt du, was mir immer passiert ist? Was denn? Ich war am Zähnägel lackieren und jetzt mir die Flasche umgefahren. Also ich hoffe nicht in Giftgrün. Ich hoffe nicht. Und ich habe noch was anderes mitgebracht. Ich kann einen Schnelltrocknungstrick beim Nägeln machen. Ja, ich gehe noch mal ein bisschen näher dran. Also ich habe jetzt hier nochmal einen Bunsenbrenner. Also das, so lackiere ich mir die Nägel zu Hause auch. Natürlich auch mit Bunsenbrenner. Sie sehen auch schon, das ist anzündend. Das ist Creme Brulee. Das ist Creme Brulee à la Caldewey gerade. Also ich trockle das mal eben. Und wie du schon gesagt hast, Martin, unsere Emailenschicht wird eingebrannt im Stahl. Also Sie brauchen auch keine Sorge haben, wenn Sie eine Kerze am Wandenrand anzünden, dass es dann irgendwann schmelzen wird in das Material. Sie brauchen da wirklich keine Sorge machen. So, jetzt ist es angekrukelt und vermutlich auch schon trocken. Ich nehme jetzt eine weitere Chemikalie. Hier habe ich ein bisschen Nagellackentferner. Und ich trage das jetzt ganz großzügig auf die Oberfläche hier drauf. Und Sie sehen, ich kriege alles restlos. Das können Sie jetzt zu Hause nicht so gut sehen oder vor dem Bildschirm. Aber ich kann es Ihnen sagen, wie man sieht. Genau, also wenn man hier so von der Seite guckt, man sieht wirklich gar nichts. Wenn ich jetzt hier so drüber spiegle, ist es nichts mehr da. Und denken Sie daran, wenn Sie jetzt gerade sagen, wir wollen das Hygienische in unserem Bad haben, wo wir das Reinlichste machen, was es gibt, wo wir auch eine reinliche Umwebung haben. Und da planen wir dann lieber mit dem hygienischen Werkstoff, was es gibt, hygienischer als Glas und so mit Stahlemail geht nirgendwo anders. Überleg mal, was ist ein Badhaus aus Glas? Ja, der Waschtisch, das WC, die Fliese ist eine Glasur. Die Fliese ist eine Glasur. Ist doch, Türen möglicherweise schon. Wann war der letzte Kunde bei Ihnen in der Ausstellung und hat gesagt, ich hätte gerne so eine schicke Duschabtrennung mit Aluminiumprofilen, dreiteiligen in der Plastikscheibe drin. Trennen ist einfach Glas. Trennen ist exaktisch. Das ist nachhaltig, der Stahl ist recycelingfähig. So, wir haben jetzt erst Schritt 1 in der Badklarung, Material. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum man was anderes nehmen sollte als kalte Weiß Stahlemail. Nein, Sie haben jetzt die Sicherheit mit in Germany, alles hier vom Standort. Wir stellen alle unsere eigenen Werkstoffe jetzt selber her, bis auf den Stahl natürlich auch. Dann kaufen wir von deutschen Stahlhüten dazu. Und Sie haben die ganzen Vorteile, die wir gerade präsentiert haben von Glas. Wir springen jetzt mal eben einen Schritt weiter und wir werden Ihnen jetzt zeigen, wie Sie mit wenigen Klicks zu Ihrem Traumprodukt kommen können. Ich sage jetzt bewusst zu Ihrem Traumprodukt. Und es ist ja nicht mein Traumprodukt oder dein Traumprodukt, sondern Sie sollen das individuell konfigurieren wollen, wie Sie möchten. Ja, das ist ja die Frage, will ich morgens ins Bad oder muss ich morgens ins Bad? Das ist die richtige Frage. Und früher, ich glaube, hast du mir dann erzählt, so damals, als du jung warst, hast du in der Küche gebadet. Sonntags wurde es abgekärtet. Samstags, Samstags, Nachmittags oder Samstags, Vormittags. Ich hoffe, man riecht das nicht mehr. Also sogar mit dem Mindestabstand, das geht noch, das geht noch. Ich klinge mir schon hin. Aber heute ist das Bad ein Wohlfühlraum und Sie müssen sich wohlfühlen. So, wir klicken uns einmal rein. Ja, wir gehen dann zum Beispiel auf, entweder auf Service, auf digitale Services oder noch einfacher, hier auf Produkte. Genau, Sie sind jetzt auf der Karl-Dewey-Homepage, jetzt gerade www.karl-dewey.de. So, ich muss mal eben den Bild in den Starten. Ich muss mal, ich muss mal, ich muss mal, ich muss mal gerade zwischen, ich muss ja zwischen, da ist es, sehr schön. Da ist es, sehr schön. So, www.karl-dewey.de, das ist Ihr Startpunkt zum Traumbad. Und dann geht es auf, genau, auf Produkte beispielsweise, so können Sie das starten. Oder ich könnte auch auf Service starten, über digitale Services oder hier, wir gehen über die Produkte, weil ich will mich immer ein Produkt informieren. Genau, genau. Dann könnte ich in den Produktkonfigurator gehen. Könnte ich auch machen. Oder wenn ich jetzt mich schon inspiriert habe, vielleicht in der Zeitschrift was gesehen und ich sage, ach Mensch, ich interessiere mich für ein bestimmtes Produkt oder für bestimmte Produktart. Hier sehen Sie schon Karl dabei produziert, Badewannen, Duschflächen und Waschtische. Such dir was aus. Das sind die besten vier Worte, die eine Frau hören kann. Und such dir was aus. Die anderen vier? Das sind die besten. Achso. Ja, aber dann sage ich nicht. So, such dir was aus. Ich such mir heute eine Badewanne aus, Martin. Okay. Ich finde das schön. Das ist auch das Zentrum des Badezimmers oft. Das ist auch ein Hingucker. Und wir suchen uns einfach heute eine schöne Badewanne aus. Weißt du schon, was du willst? Ich gucke erst mal weiter. Ich gucke erst mal, was es da so für eine Vielfalt gibt. Du guckst erst mal Badewannen. So, hier haben wir die Badewannen. Und wir sehen schon, wenn wir jetzt einmal runterscrollen auf dieser Seite, die gesamte Vielfalt von Kaldewein. Wir sehen jetzt erst mal Formen. Und da kann ich mich jetzt entscheiden, okay, was habe ich für ein Bad? Vielleicht habe ich einen relativ schmalen Raum. Vielleicht muss ich mir für eine Sonderform entscheiden. Aber ich kann jetzt einfach gucken, was möchte ich. Und ich würde jetzt einfach sagen, für das, was wir jetzt heute planen, bleiben wir ganz klassisch bei den Rechteckwannen. Das ist das, was es am meisten gibt. So, jetzt scrollen wir nochmal runter. Und das sehen wir, die gesamte Vielfalt von Kaldewein jetzt nur bei den Rechteckwannen. und ich habe früher nie gedacht, dass es so viele unterschiedliche Badewannen gibt. Weißt du, wie viele Badewannen es gab, als ich bei Kaldewein angefangen habe? Wie viele Modelle Badewannen? Jetzt kommt es. 29. 29. Und wir sehen hier, da sind jetzt schon mehr als 29. Das sind nur die Rechteckwannen. Also wir gucken jetzt einmal durch und ich suche mir jetzt, weil du es mir angeboten hast, meine absolute Lieblingswanne aus. Ich suche mir jetzt die Classic Duo aus. Das ist die hier? Das ist schön. Ich finde, das ist eine sehr schöne, zeitlose Wanne. Ja. Es sind zwei Sitzer. Also da habe ich den Ablauf und Überlauf in der Mitte. Es ist schön symmetrisch. Man kann sie eckig gut einplanen, aber sie hat ein schönes, rundes Design. Das ist das. Das ist das, was ich schön finde. So, jetzt startet die Konfiguration. Jetzt kann ich jetzt unter Jetzt konfigurieren klicken. Und dann kann ich anfangen, mein Wunschprodukt bei Caldewey jetzt zu planen. Wie groß ist dein Bad? Also ich habe das vorher ausgemessen. Ich habe jetzt einen Standardbad. Der hat so fünfeinhalb Quadratmeter, sechs Quadratmeter. Ich würde jetzt sagen, nehme jetzt ein Standardmaß für europäische Bäder. Das sind so 1,70 mal 70. Okay. So, jetzt habe ich meine Badewanne, die Dimensionen. Dann zeigst du dir gleich das Modell an der Stelle. Genau, richtig. Und jetzt kommt es dazu, meine Farbe. Okay. Also Farben. Farben. Kommen wir auch wieder zu einer Interessanten. Ja. Was sich total verändert hat. Ja. 29 Modelle, als ich anfing bei Caldewey. Was schätzt du, wie viele Farben? 50. 2000. What? 2000 Farben? Ja. Und wie viele davon wurden aber wirklich gekauft? Die Älteren unter uns erinnern sich noch. Moosgrün, Bermuda Blau, Chory, Bahama Beige. Die Sünden der Badplanung. Bahama Beige ist aber heute. Ist immer noch drin. Man hätten es heute noch drin. Ist immer noch drin. Aber ich sage mal, über 90 Prozent Wein. Ja, es ist immer noch so. Und Weiß ist einfach immer noch touristisch. Es ist das, was sich durchsetzt. Aber wir merken auch immer noch mehr jetzt heutzutage, dass Mut zur Farbe ins Bad kommt. Gerade ein Objekt ist ein Hingucker. Und da kann man sich wunderbar für eine Farbe mal entscheiden. Hier haben wir unterschiedliche Farben. Wir haben eine Kollektion. Das nennt sich Sanitärfarben. Sanitärfarben sind die... Pama Beige, Manhattan, Pergamon. Das sind so die glänzende Farben. Glanzfarben gibt es. Genau. Auch zum Beispiel Star White. Ja, genau. Das sind so die Glanzfarben. Ja, und dann haben wir die Palette Coordinated Colors. Die sind so aus dem Anspruch heraus entstanden. Also diese Terrakotta-farbenen Töne, die im Moment ganz ganz trendy sind. Diese warmfarbenen Erdtöne. Und man kann mit denen sehr schön kombinieren, wenn man einen Bereich barrierefreies Bad bauen. Das ist ein Zwei-Sinne-Prinzip, dass wir da auch einen Kontrast setzen. Helle Duschfläche, dunkle Fliese oder umgekehrt. Auch bei unseren Waschtischen dann. Dunkle Platte, heller Waschtisch oder umgekehrt. Also du sprichst jetzt gerade nicht nur das Thema Farb im Bad bringen wegen Trend, sondern Generationsbild. Also für jetzt an die Zukunft denken. Okay, was ist denn deine Farbe? Also ich möchte heute, ich möchte eine schöne Matt-Farbe. Glänzend ist nicht so meins, aber eine schöne Matt-Farbe. Sowieso suche ich mir automatisch dann was aus dieser vorgängenden Colors-Clection heraus. Und ich habe mich in diesem Perlgrau-Matt spontan finden. Aber wenn Sie da drüber gehen, sehen Sie auch die Farben. Da haben Sie hier Perlgrau-Matt. Perlgrau-Matt, das ist Gräsch. Grau und Beige. Gräsch, Gräsch. Das ist auch innen. Klick ich an. Genau, und wenn man da jetzt nach oben scrollt, sieht man sofort die Wundspanne. Das sieht super schön aus. Ja, das ist schön. Das ist jetzt matt, ist jetzt nicht mehr glänzend. Und das ist Geschmackssache. Ich finde das jetzt sehr schön. Das ist vieles im Leben Geschmackssache. So, wir gehen jetzt einmal weiter. Vielleicht ganz kurz nur dieser Bereich Professional. Ja, da geht es um die Zu- und Ablauftechnik dann eben. Welche Ablaufgarnitur kann ich dann nehmen? Zur Installation dann eben. Es geht um das Thema Schallschutz und Abdichtung. Das beachtet der Installateur schon. Das beachtet der Fliesenleger. Aber zum Beispiel Thema Griffe. Da steht jetzt Designgriffe vor. Aber Griffe sind wir ja auch beim Thema wieder Generationenbad. Der Griff ist an der Badewanne adaptiert. Da muss ich nicht mehr die Fliesen nochmal durchbohren. Nachher was setzen. Den Griff könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ja, Kalteweil, mach mir das vor zwei Löcher in die Badewanne. Ich setze mir da einen Griff drauf. Genau. Und die sind auch sehr, sehr schön. Also hier gerade diesen gebogenen Griff passt auch sehr schön zu der Klassik-Duo. Wir sehen dann hier oben auch wieder, jetzt ist der Griff eingefallen. Genau. Jetzt kann ich sofort mein Bad jetzt sehen. Wir gehen jetzt weiter zu Oberflächen. Ich habe jetzt schon eine Oberfläche drin. Ich habe jetzt die Mattfarbe. Richtig. Nein, was habe ich dann noch für Möglichkeiten bei Oberflächen dann? Aber man könnte zum Beispiel einen Perle-Effekt nehmen. Bietet sich bei einer Mattfarbe jetzt bei diesem Modell jetzt nicht so an. Aber man könnte zum Beispiel, du sagst, es ist ein Parameter für ein Sechstfall. Ja, dann wirst du nicht eine Badewanne und eine Dusche. Nein, ich habe jetzt nur eine Badewanne. Dann würde ich hier empfehlen, an der Stelle noch einen Anti-Slip reinzubringen. Genau. Eine Anti-Rutsch-Beschichtung unten rein. Ach, du hast ja ein Muster gemacht. Ich habe hier was vorbereitet. Wie bei Temmelzer. Genau, wie bei Temmelzer. Also hier sieht man das. So sieht diese Anti-Rutsch-Oberfläche in echt aus. Genau. Also was ist der Unterschied zwischen Anti-Slip und Voll-Anti-Slip dann eigentlich? Ja, das wäre zum Beispiel, das käme nur in den Bereich, wenn du jetzt sagst, auf eine Seite oder nur in die Mitte, wo ich dunsche. Und das Voll-Anti-Slip wäre dann komplett über den ganzen. Die komplette Fläche, ne? Ja. Ist die leicht zu pflegen? Jetzt müssen wir weitermachen. Total easy. Das ist ja eine Mischung aus Sand und Korun, die auch ebenfalls fest aufgebrannt wird von uns. Und das ist ein bisschen rauer, das ist ein bisschen erhabener. Und das kann man ganz normal mit Wasser und Reinigungsmittel reinigen. Und ich sage mal, außer im Pflegebereich, wo es ganz, ganz massiv benutzt wird, gibt es ja eigentlich keine Verschmutzung. Aber auch die kann man einfach reinigen. Auch die kann man auch einfach reinigen. Okay. Und was habe ich denn noch so für Sonderausstattungen, die ich mir dann planen kann? Das ist wie bei der Automobilbrunsch. Du kannst alles Mögliche machen. Also das ist jetzt wirklich gerade wie so ein Autokonfigur. Ja, ja, ja. Ja, genau. Du kannst zum Beispiel Wannenkissen dir noch mitbestellen. Du kannst hier unten noch eine Beleuchtung mit reinbestellen. Ich habe da gerade was gesehen. Ein Soundwave. Ja. Was ist das? Soundwave ist toll. Die singende Badewanne. Die singende Badewanne. Die singende Badewanne. So bei Kaldewein. Wie darf ich mir das vorstellen? Ja, Lautsprecher kennst du. Ja, also so ein Sonos-Lautsprecher habe ich bei mir in Baden. Also jetzt in das Innenleben. Ach, das Innenleben. Okay. Wir haben bei dem Lautsprecher die Membrane angeschnitten und haben diese Körperschallwandler, diese Magneten rechts und links auf die Wanne mit einem Kontaktmittel draufgebracht. Das heißt, die Musik wird direkt auf den Stahlkörper übertragen. Du liegst in der Box. Also ich liege im Lautsprecher drin sozusagen. Und das ist so cool. Du hörst Musik nicht nur. Du spürst sie mit Haut und Haaren. Du siehst sie auf der Wasseroberfläche. Aber wie ist es dann, wenn ich dann mit den Ohren, so wenn ich bade, dann tauche ich oft mit den Ohren unter der Wasseroberfläche. Hör ich das dann noch? Dann denkst du an Tabaluga und denkst, es ist so schön, Delfin zu sein. Oh, oh, oh. Also da hast du ganz tief gegriffen aus der Giftbox. Schön. Okay. Aber es ist wirklich klasse. Und das sage ich nicht nur, als ich das erste Mal mit Wasser in der Soundwave gebadet habe, habe ich wirklich gedacht, so unterhalten sich Wale. Also es ist irre. Wahnsinn. Es ist irre. Und du kannst ja nicht nur Musik haben, wenn du in der Wanne liegst. Du gehst morgens rein mit deinem Tablet, mit deinem MP3-Player, whatever. Also du musst keine App haben oder sowas. Das ist dann über Bluetooth. Das ist Bluetooth. Und du schaltest deine Badewanne ein und hörst Nachrichten morgens. Schön. Du hörst Musik morgens. Sehr gut. Also du musst das nicht nur benutzen, wenn du badest. Ja, sehr schön. Das ist eine ganz tolle Sache. Also Soundwave soll es sein. Genau, Soundwave soll es sein. So, ich sehe jetzt gerade, wir sollten jetzt mal zu Ende der Konfiguration kommen. Aber jetzt sehen wir ganz unten, jetzt sehen wir auch ganz unten Preistransparenz. Jetzt können Sie ungefähr sich vorstellen mit der unverbindlichen Preisempfehlung von Caldewein. Was wird mir meine Badewanne, meine individuelle Badewanne jetzt kosten? Und Sie können jetzt diese Konfiguration ansehen mit wenigen Klicks und dann nach unten scrollen, sich das dann ausdrucken oder dann direkt zum Installateur Ihres Vertrauens schicken und sagen, klar, mir jetzt mein Badewanne. Ja, ich kann es per Mail hinschicken und sagen, lieber Installateur, du kennst ja meine Gegebenheiten zu Hause, ich möchte die Wanne austauschen. Genau, richtig. Was brauche ich dafür? Dafür brauche ich zum Beispiel, habe ich mir das ausgesucht, nenne mir bitte den Nettopreis, mache mir ein Angebot für mein Badezimmer und ich möchte mir die aber vorher mal angucken. Ja, das mache ich dann. Anprobieren. Anprobieren, Probeliegen sozusagen. Ja, dann gehe ich einfach hier wieder unter dem Bereich Service und gehe in den Bereich Installateur suche, brauche ich nicht, weil ich habe ja schon einen Installateur, ich gehe in den Bereich Ausstellung suche und dann sage ich hier zum Beispiel, na, da kommt es. Zack, da ist er. Du wohnst in? Ich wohne in der goldenen Stadt des Ruhrgebiets in Herne, die schönste Stadt Deutschlands in Herne. Also, ich kann Postleitzahl eingeben oder Herne. Herne, bitte. Und wir geben dann unsere Classic Duo unten ein. Moment, hier unten in der Produktgruppe, ich wähle. Ach, Moment, das war zu schnell. Ah, ja, das ist ja immer ganz flott. Genau, Classic Duo. Gibt die Classic Duo ein, dann bekomme ich das nämlich sofort geclustert. Classic Duo. So, und dann? Dann sehe ich, okay, in Herne gibt es meine Classic Duo jetzt nicht, aber im benachbarten Bochum, da kann ich Probeliegen sozusagen. Und in Bochum gibt es auch Currywurst. In Bochum gibt es auch Herbert Grönemeyer und Currywurst, genau. Und da kann ich Probelieben, man soll ja nicht die Katze im Sack kaufen. Man soll ja wirklich schon. Gerade eine Badewanne muss man mal anprobieren. Und das ist jetzt nichts, was man für zwei Jahre kauft, sondern am besten jetzt wirklich für 20, 30 Jahre so ein Bad. Das ist das Problem. Jetzt kommst du. Ja, überleg mal, was ein Handy kostet. Ja, ja, ohne Frage. Und das habe ich jetzt nur für zwei Jahre. Zwei, drei, vier Jahre möglicherweise. Und diese Wanne habe ich? Diese Wanne hat jetzt der eine oder andere vielleicht wieder, ups, 2000 Euro, 3000 Euro. Man muss einfach mal gucken für 20, 30 Jahre. Das ist es. Aber das ist das Problem der Sanitärbranche, was ewig hält, bringt uns kein Geld. Aber richtig geplant, dann hat man lange Freude. Ja, natürlich. Und das ist ja dann eben auch das, wovon wir leben. Das ist das. Eine gute Reputation und Mund-zu-Mund-Propaganda von Kunde zu Kunde. So, Sandra, liebe Sandra in Münster. Ich bin schwimmen gegangen. Du bist... Ja, ich habe geguckt, wo ich jetzt so eine tolle Wanne herkriege. Ja, das kommt sofort so in Ideen dann. Wo könnte ich das dann noch gebrauchen? Warum habe ich das nicht? Ich habe im Moment gerade das Glück, dass meine Kinder in dem Alter sind, dass sie selber geplant und gebaut haben. Ich habe jetzt ein paar schöne Badezimmer gemacht. Und hier heute Abend mal mein Badezimmer ausmessen. Ja, super. Ich habe schon 1993 gebaut, aber Bad war natürlich schon bei mir im Punkt. Sandra, haben wir irgendwelche Fragen aus dem Publikum bekommen? Ja, genau. Da sind auf jeden Fall schon welche eingegangen. Und zwar, welche Gestaltungsmöglichkeiten hat man denn mit einem Dachgebel, das Bad mit Dachgebel? Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es da? Das ist natürlich eine ganz, ganz individuelle Frage. Da haben wir Antworten drauf, gar kein Thema. Vielleicht zielt die Frage auch ein bisschen darauf, wie ist das mit der Belastung auch von der Badewanne, von der Dusche her. Da bekomme ich sicherlich von dir nachher die E-Mail-Adresse, Sandra. Und da würde ich dann ganz individuell drauf eingehen eben. Da haben wir Lösungen. Da geht es auch eben darum, wo ist die Standfläche der Dusche in der Dachschräge? Wie positioniere ich die Dusche dann eben lang unter die Dachschräge oder längs unter die Dachschräge? Wo positioniere ich den Waschtisch und die Wanne in dem Raum? Was haben wir für eine Drempelhöhe? Beantworte ich gerne individuell. Das kriegen wir hier jetzt nicht ganz untergebracht. Aber mache ich individuell. Okay. Duschebegeber. Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es und welche Vor- und Nachteile hat eine offene Dusche, eurer Meinung nach? Ja, bei einer offenen Dusche muss ich auf jeden Fall darüber nachdenken, die groß genug zu wählen. Damit ich halt eben auch einen Bereich habe, der das ganze Wasser dann eben auffängt. Ich muss ja immer daran denken, habe ich eine Kopfprause oder eine Handprause, wo das Wasser abspritzt. Dann sollte ich halt die Fläche groß genug wählen. Die gibt es bei uns bis 1,50 Meter mal 1,50 Meter. Dann kann ich nachher eben das ganz schnell abflitschen oder ich nehme mit Perleffekt. Da läuft eh schon fast alles ab. Brauche ich nur eben drüberwischen. Und dass nicht zu viel Wasser auf den Fliesen daneben ist. Und dass die Fliesen auch eben vernünftig abgedichtet sind. Im Walk-In-Bereich brauche ich nur eben die Scheibe abflitschen. Also da habe ich eine Scheibe. Ja, ein geschlossenes Duschsystem. Da habe ich halt nichts vorne vorliegen an Feuchtigkeit. Aber da habe ich halt eben die beiden Duschabtrennungen, die ich eben abziehen muss. Und zum Thema Walk-In-Dusche eignet sich jetzt an dieser Stelle super wunderbar. Unsere neue Dusche, die jetzt hier gerade hinter mir steht, unsere Cajono Plan Multispace, ist jetzt wunderbar. Plan mit der Erde ist es ja auch eine begehbare Fläche. Also man kann das auch als Fußboden sehen. Sie sehen ja, wie das hier auf vier Quadratmeter mit Waschtisch und Toilette hier unten mit eingebaut ist. Und es ist auch fördergeldfähig von der KfB. Die einzige Duschfläche zurzeit im Markt, die DIN-zertifiziert ist, ZERT-Code-zertifiziert ist und die absolut förderfähig ist. Okay, welche WC wie abgrenzbar halb hohe Mauer in den Raum, Wand hängende Kommode, Pflanzen? Das ist ja auch eine Frage, die muss ich individuell beantworten. Also ich mache es auch tatsächlich immer so, wenn ich ein größeres Blatt habe, kleine Schamband davor, halb hoch. Bei mir habe ich es schon in den 90er Jahren so gemacht, wenn ich das Badezimmer betrete, ist halt die Dusche direkt um die Ecke. Und die Mauer von der Dusche geht bis auf diese Höhe. Oben drauf ist eine Glasscheibe, da ist das Dachfenster dahinter. So kriegt man auch noch Licht rein. Da kriegt man gut Licht in die Dusche. Und dahinter ist die Toilette. Also wenn ich reinkomme, gucke ich nicht direkt auf die Toilette. So habe ich es bei meiner Tochter auch gebaut. Ja, Schamband ist immer schön, eine Blumenwand ist auch eine tolle Idee. Jetzt nicht lachen, ich habe auch schon ein Aquarium im Bad gesehen. Da hatte jemand ein 300 Liter Becken-Aquarium als Trennwand zur Toilette. Aber cool, aber cool. Individuell, alles machbar. Tolle Idee. Hier fragt jemand gerade ganz kritisch. Jetzt habt ihr ja mit einem Hammer quasi auf die Fläche geklopft. Wie ist es denn mit Parfümflaschen, wenn die mal irgendwo hinfallen? Ich mache jetzt mal Folgendes. Leg doch mal bitte eben die Duschfläche auf die Erde. Wo haben wir sie? Vielleicht so in Kantennähe. Also ich habe jetzt hier... Ich habe jetzt gerade mein Glas leer getrunken. Wie man sieht. Nix. Nix. Und das war jetzt schon ein Latte-Macchiato-Glas. Oh, was... Ich wüsste gar nicht, was sie jetzt gemacht hätte, wenn es nicht geschlafft hätte. Aber klar, es ist keine Weisheit. Wir haben Trauen und Zutrauen in unserem Stadion. Also wenn Sie mal zu uns kommen, die Iconic World, dürfen Sie den gleichen Test mit einer Bowling-Kugel machen. Das haben wir unten aufgebaut. Siebeneinhalb. Ja. Oh, wow. Okay. Hier nochmal ein Feedback aus der Zuschauerreihe. Eins soll ich euch unbedingt sagen. Diese zwei sehr sympathischen Herrschaften bitte überbringen, dass es ein Fest ist, Ihnen zuzuschauen. Wir hatten ja schon eine Menge toller Webinare, aber das Zusammenspiel der zwei Moderatoren ist grandios. Da habt ihr jemanden voll abgeholt? Ja, danke schön. Ich frag auch einen Corona-Hein-Fight. Corona-Check. Das hat uns sehr gefreut. Dankeschön. Und man wünscht sich halt auch nach Corona bitte genau solche Angebote. Nehmen wir mit auch. Aber auch nur, wenn wir der reizenden Sandra natürlich aus Münster dazu sagen. Oh, danke schön. Ihr seid ja auch schon treu seit 2017, glaube ich. Genau, ja, ja. Okay, hier nochmal eine Frage für jemanden, der wahrscheinlich ein bisschen später reingekommen ist. Martin, welche Funktionen hast du eigentlich bei Caldewey? Ich bin Trainer hier bei Caldewey. Ich habe eine Ausbildung als Gas- und Wasserinstallateur, bin gelernter Einzelhandelskaufmann zusätzlich und habe zwei Jahre Berufsaufbau Schule Technik besucht. Martin ist unser Allzweck. Und bin jetzt seit sieben Jahren hier in der Iconic World. Als technischer Trainer und für Werksführung da. Schön. Ja, ansonsten habe ich hier nur noch stehen. Super Präsentation. Die Zeit verging wie im Flug. Also scheinbar gibt es jetzt aktuell keine weiteren Fragen. Ja, dann würde ich sagen, lieben Dank Team Caldewey an der Stelle. Und liebe Zuschauer, wenn Sie das Webinar jetzt gleich verlassen, oben rechts mit dem kleinen X, dann wäre es super, wenn Sie uns noch ein Feedback hinterlassen. Sie können sich auch noch Dinge wünschen. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was Sie sehen, hören wollen. Dann lassen Sie das gerne da. Wir sehen uns vielleicht in Ahlen bald. Auf jeden Fall on air. Kommen Sie gut durch. Machen wir das. Genau, bleiben Sie gesund. Macht gut. Tschüss, bis bald. Tschau. Umm, da kommen Sie bitte. Tschau.